Um die Klappe, um die Bühne zu schauen. Der Fahrt ist Kostmannhof und Freuestein geht um welches Fahrrad ist. Das schönste ist das da. Das ist der Leutere, der Rutschhof. Da sitzt du durch den Rutschhof. Der Rutschhof. Hier ist es in der Nähe des Flusses, in der Nähe des Flusses, in der Nähe des Flusses. Das war's für heute.